Hallo YouTube. Willkommen zu meinem zweiten Video in Deutsch. Dies ist Video über meine Lieben auf YouTube. An 21. Januar 2000 habe ich meinen einen YouTube-Kanal gestartet. Dies gibt keine Zigaretten-Teste auf YouTube. Ich habe ein Video und Video-Blogs mit meinem Gymnacht, wo ich verkein. In April habe ich einen I-962 und Zigaretten-Show ein Zigaretten-Teste und B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Sie sind der USA. Ich bereite weiterhin einen Zigaretten-Teste und B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B! Ich finde jeder Mögliche-Teste. In November gibt es zehn Sekretens teste. In Januar 2011 habe ich entdeckt das Z.O.O.B.O.B.O.B.E. Sie sich jetzt ein Fortschritten. Es gibt keine Wurzeln, keine Wurzeln, keine Wurzeln, keine Wurzeln, die die Wurzeln, die 0,1% der Wurzeln, die die Wurzeln, die die Wurzeln, die Z.O.B.O.B.O.B.O.B.I.S.E.A. Abortion, der Kohl und Sankt und Mord, Nase und Blüten, Herzprobleme, Kreuzlauffprobleme. In der USA steht auf den Zigaretten Skala-Statten FSC. In Europa gibt es so eine Warnung nicht. Ich habe an Japan Tobacco International, Imperial Tobacco and British-American Tobacco geschrieben. JTI hat mir dies bestattet. Ich habe eine Ein-Exklusiv-Videogamart. In May hatte ich fünfhundert Abandoned 10. Ich habe die Zigaretten-Tester. In Uni habe ich meine ersten Indonesian Zigaretten getestet. Sie heißen John Schwartz. Ich habe sie auf Sigisworld.com bestellt. In September habe ich meine ersten Zigaretten aus den USA getestet. Sie heißen Neupau trot. Okay. Clicked. Bitter of like. Till zwei kommt nächsten Wochen. End von Zeit ein. Stay lit. Billd. . Plan. Billd schirm. max